SSC Neapel 1994 Wir sind im Ballstadion von Francoforte. An dieser Zeit hatten wir die größte Demand. Jan Vortor, 3 zu 2 für die Eintracht. Unsere Träume waren groß. Wir haben Hoffnung bekommen. Der Rest ist Geschichte. Jetzt Neapel wieder. Der große Italienklub. Raspadori und Gelia 2 zu 1. Es ist nicht 1994. Aber der 90er spirit ist immer noch in uns. Und immer wütend für den Erfolg. Wir lieben diese Art von Matchen. Die große Gegner sind der Unterdruck. Benvenuti a Francoforte, SSC Napoli.